Moin, schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute wieder mit einem gespielt Video. Ich stelle euch wieder fünf Spiele vor, die ich in den letzten Tagen und Wochen gespielt habe und berichte so ein bisschen über meine Eindrücke und erzähle euch so ein bisschen, worum es in den Spielen geht, damit ihr einen kleinen Eindruck bekommt. Und ja, vielleicht ist das ein oder andere Spiel ja für euch dabei und ihr könnt das auf euren Einkaufszettel schreiben. Ich bin gespannt und ja, ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit dem ersten Spiel an. Das erste Spiel, von dem ich euch berichten möchte, ist direkt ein großer Brocken. Wir haben nämlich endlich mal wieder Weather Machine gespielt. Das ist ein Expertenspiel von Vita La Cerda, bei dem es darum geht, Wetterexperimente durchzuführen und das Wetter zu manipulieren. Das ist wirklich ein sehr großer Brocken und ja, wir haben das am Abend des Superbowls gespielt. 0.30 Uhr ging der Superbowl ja los deutscher Zeit und wir dachten uns, ja, machen wir nochmal ein kleines Spielchen irgendwie vorher. Und ja, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ich habe Weather Machine ausgepackt, obwohl ich es wirklich lange nicht mehr gespielt habe. Und ich kannte tatsächlich auch die Regeln nicht mehr so richtig. Ich musste mich so ein bisschen reinlesen erst mal wieder. Das hat auf jeden Fall auch eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert. Und dann haben wir losgespielt, die ersten zwei Züge. Und dann ist uns aufgefallen, dass wir auch den gleichen Fehler, den wir schon bei aller, allerersten Partie damals gemacht haben, wieder gemacht haben. Wir mussten dann nochmal wiederholen. Denn ja, es gibt diese Experimentierplättchen, wo man diese Wetterexperimente durchführen kann. Und wir haben immer, das ist so eine Auslage aus drei Plättchen. Und wir haben immer jedes Mal, wenn der Gehilfe, der da quasi auf diesen Feldern immer hin und her läuft, jedes Mal, wenn der quasi getriggert wurde, dann haben wir eins abgelegt. Und das ist halt viel zu früh, denn man darf die immer nur ablegen, wenn quasi auch der aktive Zweig mit einem dieser Wetterplättchen übereinstimmt. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist tatsächlich so ein kleiner Satz in der Anleitung, über den ich immer wieder stolper. Boah, den muss ich mir irgendwie nochmal fett markieren in der Anleitung, damit das das nächste Mal nicht nochmal vorkommt, wenn ich das durchlese. Aber auf jeden Fall fand ich das Spiel mega, muss ich sagen. Ich finde es extremst cool. Es ist tatsächlich, ich glaube, mittlerweile mein Lieblings-Lacerda geworden. Lacerda? Lacerda geworden. Ich finde es grandios. Also diese, also was machen wir? Wir wollen Wetterexperimente durchführen, wir wollen Wetter manipulieren. Und das funktioniert so, dass wir quasi so ähnlich wie bei Kanban verschiedene Bereiche haben. Einen Regierungsbereich, einen Laborbereich, einen Forschungs- und Entwicklungsbereich. Dann gibt es noch so einen Vorrats-Auffüllen-Bereich, bei dem wir uns Vorräte kaufen können. Und dann müssen wir immer von Bereich zu Bereich mit unserer Spielfigur laufen und können dort dann ein oder zwei Aktionen machen. Und die Verzahnung finde ich einfach so genial. Es gibt diesen Regierungsbereich, wo wir uns Subventionen holen können. Da können wir uns neue Extras holen. Da können wir uns ein bisschen, ja, Einkommen auch holen. Wir können uns dort Subventionsplättchen holen, die uns vielleicht noch Ressourcen bringen oder irgendwelche Extraaktionen und so weiter. Das ist ziemlich cool. Dann haben wir den Laborbereich. Da, ja, versuchen wir quasi so Wetterexperimente zu starten. Da holen wir uns, ja, hauptsächlich Siegpunkte. Und dann haben wir noch den Forschung- und Entwicklungsbereich, wo wir, ja, das Wetter dann so ein bisschen, ja, was soll das, wir bauen eine Maschine, um das Wetter wieder, ja, in den Griff zu kriegen, sag ich mal. Und dort kriegt man dann auch Punkte und so Auszeichnungen. Und die Verzahnung dieser drei Bereiche ist einfach enorm. Alleine, dass ich schon, wenn ich auf einen Bereich gehe, auf ein Aktionsfeld, eine Ressource bekomme, die ich in einem anderen Bereich brauche, um diesen dort, ja, auszuführen oder dort eine Aktion auszuführen, das ist schon mal die erste Verzahnung. Und dann ist es so, dass wir in jedem dieser Bereiche solche Bücher sammeln können, mit denen wir Abhandlungen dann veröffentlichen können. Und je nachdem, ja, welche Art von Wetter wir dann quasi wählen, können wir diese Dinger in unserer Bibliothek sammeln und dann, ja, noch zusätzliche Boni freischalten, zusätzlich Punkte sammeln. Also es ist wirklich so, muss man sagen. Ich habe tatsächlich nicht so richtig gewusst, was ich dort tue. Teilweise natürlich schon, aber dann zum Beispiel diese Zielplättchen, da habe ich dann eher am Ende drauf geachtet, weil ich eigentlich erst mal nur meine Züge so ein bisschen unter Kontrolle haben wollte, dass die nicht so super zufällig sind. Ich finde, die Materialien sehen klasse aus. Ich habe auch die Metallzahnräder dazu. Die sind wirklich grandios, muss man sagen. Ich finde, ich stehe sonst nicht so auf diese Premium-Ressourcen, auf diese Deluxe-Ressourcen, aber diese Zahnräder, diese metallenen Zahnräder, finde ich einfach nur grandios. Das macht extrem viel Spaß, damit zu spielen. Und auch die restlichen Materialien. Es sind schöne dicke Pappe wieder. Es sind schöne, ja, farbige Holzkomponenten, muss ich sagen. Es ist einfach ein richtig geiles Ding. Und ja, wir haben es direkt aufgebaut gelassen, beziehungsweise für eine neue Partie aufgebaut, damit wir es jetzt die Tage nochmal spielen können auf dem großen Esstisch. Megageiles Ding. Also, wenn ihr mal einen Vital Lacerda spielen wollt, der auch mal wieder richtig thematisch ist und einfach eine richtig geile Verzahnung hat, probiert auf jeden Fall Weather Machine mal aus. Das zweite Spiel, von dem ich euch berichten möchte, das ist auch tatsächlich nicht so klein, hat eine ordentliche Tischpräsenz und nimmt auch viel Platz auf dem Tisch ein. Wir haben es den Abend davor gespielt und ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich Rewive Call of the Abyss, nämlich die Erweiterung zu Rewive, nicht eher gespielt habe. Ich habe im Herbst gesagt, ja, den Erweiterungen gebe ich so ein bisschen niedrigere Priorität. Ich will erst mal die Standalone-Spiele spielen und jetzt ärgere ich mich wirklich, weil das ist eine exzellente Erweiterung. Ich finde sie richtig toll. Was ist überhaupt Rewive? Rewive ist ein ziemlich cooles Engine-Building-Spiel, bei dem wir so ein bisschen auch auf dem Board exploren können, also Sachen aufdecken können. Wir können uns dort ausbreiten, wir können dort Häuser bauen, wir können dort, ja, das Land bevölkern. Dann haben wir verschiedene Völker, die alle unterschiedliche Technologien haben, also zumindest zum Teil verschiedene Technologien. Die haben alle so eine Spezialfähigkeit. Und ja, dann läuft es so, dass wir Karten in so bestimmte Slots spielen und dann mit diesen Karten uns Rohstoffe holen und mit diesen Rohstoffen dann verschiedene Aktionen durchführen können. Ziemlicher Brecher, muss ich sagen. Es macht aber extrem viel Spaß, seine Engine versuchen zum Laufen zu bringen. Und ja, es ist quasi so ein Punktefest am Ende. Und ja, meine Partie lief wirklich gut. Ich hatte natürlich auch ein Volk der Erweiterung. Ziemlich coole Sache. Das war so ein Volk, was unterschiedliche Technologien hat, je nachdem, ob Tag oder Nacht ist. Und ob Tag oder Nacht ist, das wird durch so einen Token bestimmt, den man dann immer flippen kann durch verschiedene Aktionen. Also zum Beispiel durch die Spezialaktion oder wenn man seine Hibernate-Aktion macht. Das ist so eine, ja, so eine Auffrisch-Aktion. Und ja, es lief unglaublich gut. Ich habe die Partie gewonnen. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Normalerweise ist es ja irgendwie so bei mir, wenn ich Partien gewinne und es läuft zu gut, dann finde ich das Spiel relativ schnell langweilig. Und ja, ich habe irgendwie immer mehr Motivation, wenn ich die Partien verliere, das Spiel nochmal zu spielen. Aber bei Revive ist es genau umgekehrt, habe ich so das Gefühl. Weil, ja, ich habe nicht das Gefühl, alles entdeckt zu haben. Oder alles, dass alles so perfekt lief, dass es nicht mehr perfekter laufen könnte, weil es einfach, weil die Verzahnungen auch zu, ja, zu komplex sind und man wirklich extrem viel machen kann. Und durch die Erweiterung kommen jetzt nochmal viele coole Sachen hinzu. Zum einen, ja, die neuen Völker. Eins von denen hatte ich. Es gibt insgesamt vier neue Völker, alle natürlich wieder mit unterschiedlichen Technologien und Spezialfähigkeiten. Das ist ziemlich cool. Dann gibt es ja die Möglichkeit, Journeys zu machen. Also man kann jetzt mit seinem Switch, mit seinem Switch-Token, eine Journey machen und als ich quasi eine, ja, Journey-Karte nehme, das ist eine Reisekarte, bei der man dann, ja, ein bestimmtes Ziel erreichen muss und dann kann man das eintauschen gegen Punkte. Und es gibt nämlich jetzt auch eine neue Punkteleiste, eine parallele Punkteleiste und Cyphers-Karten. So heißen sie. Ich weiß nicht genau, ob man es richtig ausspricht, aber ich gehe mal davon aus, dass es relativ nah an dem dran ist, was sie sich vorgestellt haben. Cyphers-Karten. Das sind jetzt ganz normale Karten, die man auch wie seine ganz normalen Handkarten auf die Hand nehmen kann, aber die sind extremst stark. Die geben auf jeden Fall schon mal ein Kristall. wenn man sie in einem bestimmten Slot spielt und sie geben einfach noch extrem, ja, viele andere coole Sachen. Also sie haben extrem viele andere coole Sachen noch. Starke Aktionen, wie zum Beispiel, dass man alle Karten verbanden kann. Das ist schon mal mega stark. Oder dass man eine Ressourcenleiste auf Max stellen kann. Das ist auch extrem stark. Ja, und diese Karten kriegt man, wenn man auf dieser parallelen Punkteleiste möglichst weit vorrückt, dann kann man mal zwei ziehen und sich eine, ja, nehmen. Und die andere muss man dann unter den Stapel packen. Ja, sehr cooles Ding auf jeden Fall. Und, ja, ich muss sagen, dann gibt es natürlich noch neue Teebeutel. Es gibt neue, neue, solche Maschinentokens. Also es gibt neue Standardkarten. Es gibt einfach sehr viel neues Zeug. Und Revive ist, also es ist safe bei mir in den Top 10 of all time. Es ist ein extrem cooles Spiel. Und jetzt mit der Erweiterung, muss ich sagen, habe ich mich natürlich jetzt so reingemischt, dass ich sie auch nicht mehr rausnehmen kann quasi. Also es wird jetzt immer nur noch mit Erweiterung gespielt. Macht es das einfach noch besser, muss ich sagen. Kurzer Einwurf an dieser Stelle in eigener Sache, bevor es mit dem nächsten Spiel weitergeht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr Teil der Boardgame Panther Community werdet und hier ein Abo dalasst, mir einen Daumen nach oben gebt, falls euch das Video gefallen hat. Macht auf jeden Fall auch die Glocke an. Dann verpasst ihr kein Video mehr hier auf meinem Kanal. Das würde mich sehr freuen. Ich freue mich auch natürlich über Kommentare, sei es in negativer Form, also als Kritik gemeint oder auch als Lob gemeint. Ich lese das immer sehr gerne. Ihr könnt es auch immer, ja, sehen, wenn ich ein Herz und einen Daumen nach oben für euren Kommentar vergeben habe, dann habe ich den Kommentar gelesen. Und, ja, das wollte ich eigentlich nur an dieser Stelle loswerden. Und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Spiel. Das nächste Spiel, von dem ich euch berichten möchte, ist ein kleines Kartenspiel von einem Kickstarter, der demnächst startet. Ich habe von Olymoly Games einen Prototyp zugeschickt bekommen. Das Spiel ist noch nicht so ganz fertig. Es ist noch so ein bisschen in Entwicklung. Ich muss aber sagen, tatsächlich, den Prototyp, den ich zugeschickt bekommen habe, der sieht schon ziemlich nice aus. Also, was das Artwork angeht, was die Regeln angeht, wirkt es doch schon relativ reif, muss ich sagen. Ich habe gesagt, ja, ich schaue es mir mal an und berichte so ein bisschen in einem Gespiel drüber. Aber je nachdem, wie es mir dann am Ende gefällt, kriegt ihr vielleicht auch noch eine kleine Preview. Und, ja, es geht um AI-Pocalypse. Und bevor ich zum Spiel komme, muss ich einmal ganz kurz das Logo abfeiern von Olymoly Games. Das ist wirklich ein sehr kleiner Verlach. Ich weiß nicht, ob da mehr als eine Person arbeitet oder vielleicht zwei oder so. Keine Ahnung. Ich habe einen Kontakt dort. Und dieses Logo, guckt es euch an. Olymoly, also von Eule. Und wie kreativ kann ein Logo sein? Man muss, also, das ist eine Eule, das ist ein Tisch und es könnte auch noch ein Würfel sein. Wie genial ist ein Logo designt? Wie genial kann ein Logo designt sein? Das muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen, feiere ich mega ab. Aber ich feiere auch so ein bisschen das Spiel, denn es ist mal was anderes, muss man sagen. Ja, es ist ein Autobettler. Sie nennen es Autobettler. Ich würde eher sagen, es ist ein Half-Autobettler, zumindest in dem Regelstadium, in dem es jetzt ist. Und es ist so, dass wir hier in so einer Mech-düsteren, dystopischen Welt unterwegs sind. Also es gibt hier so, ja, so Mech-Karten. Es gibt hier auch so, was sind das, Mutants. Also verschiedene Arten von Karten gibt es hier. Und die haben alle eine Stärke, die aber tatsächlich gar nicht so super relevant ist, zumindest nur zum Teil. Und dann ist es so, dass wir Slots haben. Wir haben maximal sechs Slots und wir können diese Slots mit Karten befüllen, jeweils mit einer Karte. Da können wir uns dann überlegen, welche von den Karten, die wir dann irgendwie auf der Hand haben, wir in welchen Slots spielen. Und die fangen dann alle bei einer bestimmten Stärke an. Die Stärke wird dann markiert hier durch so eine Slot-Karte, also durch die Rückseiten der Karte. Und dann, ja, können wir in einer bestimmten Phase so viele Einheiten in unsere Slots spielen, wie wir wollen. Also maximal eine Einheit pro Slot. Aber wir können Slots besetzen, wir können sie nicht besetzen. Wir müssen aber auch Slots auch extra ausspielen, damit wir sie besetzen können. Also wir müssen Karten sozusagen opfern, um einen Slot zu öffnen. Und dann, wenn wir alle quasi unsere Einheiten hier drin haben, die dann verschiedene Stärken haben, die haben dann vielleicht auch noch was beim Ausspielen getriggert und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedene Effekte. Dann ist es so, dass wir Karten ziehen, automatisch, also so Auto-Battle-mäßig. Und diese Karten schließen sich dann automatisch unseren Slots an, oder beziehungsweise den Einheiten, die wir in diese Slots gespielt haben. Und in dem Fall ist dann quasi diese Stärke hier oben bei dieser Karten wichtig. Und dann ergibt sich quasi aus der Karte, die wir quasi gezogen haben automatisch und unserer Karte, die wir in dem Slot haben, eine Gesamtstärke. Und dann wird von den Spielern diese Gesamtstärke verglichen. Und wer da die höhere Gesamtstärke hat, der hat den Kampf gewonnen. Und dann möchte man quasi, ja, so viele Kämpfe gewinnen wie möglich, um dann die Mehrheit an Kämpfen gewonnen zu haben, um den Gegner dann Leben abgezogen zu haben. So läuft das. Dann gibt es noch einen Sudden-Death-Modus und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich auch verschiedenste Effekte, die in den verschiedensten Phasen dann triggern. Es gibt dann noch so, ja, Ammo-Karten, mit denen kann man dann noch seine Kampfstärke erhöhen oder man kann die Stärke von Einheiten nochmal irgendwie erhöhen. Es gibt dann noch so stärkere Karten, die man freischalten kann. Die haben dann auch noch, die benötigen dann auch noch irgendwie so rote Slots. Das sind hier so Special Units. Die sehen auch alle ganz geil aus. Also muss die, die Illustrationen finde ich auch alle ziemlich cool, muss ich sagen. Und ja, und dann battelt man so ein bisschen vor sich hin. Ist wirklich super schnell gespielt. Das kann man mal eben so runterspielen. Die Partien, ja, was, so Viertelstunde, 20 Minuten, wenn man es ein bisschen drauf hat. Irgendwann kennt man dann auch die Einheiten, was die dann, ja, machen. Also hier gibt es irgendwie, dass man so Sachen discarten kann zum Beispiel. Und wenn man eine Discard hat, wenn man was discartet, dann kriegt man irgendwie noch temporär eine Stärke und so weiter und so fort. Also da gibt es wirklich viele unterschiedliche Effekte. Da bin ich mal gespannt, was dann in der finalen Version dann alles drin ist. Ich würde den Kickstarter natürlich auch unten verlinken oder die Preview-Page zumindest unten, falls ich sie dann schon habe, zum Zeitpunkt, wenn ich das Video jetzt hier aufnehme. Ja, und davon wollte ich euch eigentlich mal berichten. Es ist ein sehr spannendes Ding. Also man kennt das ja Challengers als Autobattler und das ist ja sehr freundlich und sehr, ja, kindhaft und so aufgezogen vom Artwork. Und wer vielleicht so ein bisschen was Dystopisches haben möchte, ein bisschen erwachsener vom Setting her, ja, dem kann ich auf jeden Fall mal AI-Pocalypse ans Herz legen. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Das zu dem Prototyp. Auf das nächste Spiel habe ich mich schon sehr lange gefreut und endlich haben wir begonnen, die Legacy-Version von Zug um Zug, Legenden des Westens anzufangen. Wir haben uns das erste Mal getroffen und haben dann zwei Partien gespielt und ich bin geflasht, muss ich sagen. Also es hat wirklich endlich mal wieder diese Legacy-Vibes hervorgerufen, die ich damals bei der ersten Pandemie hatte, als dieser Legacy-Mechanismus noch so komplett neu war, als ich das alles noch nicht kannte. Und wow, ich muss sagen, wow. Also ich bin so gehypt tatsächlich, dass ich so derbe Bock habe, die nächsten Partien zu spielen. Das glaubt ihr gar nicht. Es hat, also die erste Partie, ich spoiler nichts vom Inhalt und so, klar. Könnt ihr gewiss sein, braucht ihr nicht skippen. Aber die erste Partie hat sich wirklich so, so, ja, so familiär, so gewohnt, schön Zug um Zug mäßig angefühlt. Es läuft so dahin. Man weiß ganz genau, wie es läuft, wie das Spiel geht. Schönes Familienspiel, bei dem man wirklich, ja, irgendwie nett spielt zusammen. So, es ist halt irgendwie ein schönes Gefühl. Und man war, man, so wie jetzt, ob man irgendwie nach Hause kommt von einer langen, von einem langen Arbeitstag und so in so eine Wohlfühl-Ase kommt. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass wir da vorher eher uns End-Legacy gespielt haben und das wirklich schrecklich war am Ende. Aber, ja, so hat es sich angefühlt. Und dann, ja, von Partie zu Partie wird das natürlich, ändert sich natürlich immer irgendwie was in den Legacy spielen. Und gleich bei Partie 2, zu Beginn von Partie 2, sag ich euch, einfach der Oberkracher. Es ist wirklich, also da muss man sagen, da kommt Legacy und Streamlining und Thematik und so. Das kommt alles so zusammen und es wirkt so wie aus einem Guss. Es wirkt perfekt. Es wirkt toll. Es ist ein grandioses Spiel bisher. Und ich hoffe, dass es das beibehalten kann in den nächsten Partien, dass es das Level beibehalten kann, das dann nicht zum Ende hin abflacht und sich dann zu sehr wiederholt. Aber ich glaube nicht. Von dem, was ich auch gehört habe bisher, wird es wahrscheinlich bis zum Ende der 12. Partie wirklich Spaß machen. Ja, und ich freue mich definitiv auf die nächsten Partien. Und ich werde euch dann nochmal, wenn ich dann komplett durch bin, davon berichten, ob ich es dann im Endeffekt auch wirklich so gut fand über die 12 Partien wie jetzt nach zwei Partien, bin ich auf jeden Fall, ich bin so extremst begeistert. Also wenn ihr eine Legacy-Erfahrung nochmal haben möchtet und ihr seid eigentlich schon alte Legacy-Hasen, dann könnt ihr euch Zug um Zug Legacy definitiv trotzdem angucken. Es bietet euch eine coole Legacy-Erfahrung. Und wenn ihr noch nie eine Legacy-Erfahrung hattet, dann kann ich das auch, also wirklich wärmstens empfehlen, ohne Vorbehalte, guckt euch Zug um Zug Legacy-Legenden des Westens an. Dann das fünfte Spiel, von dem ich euch berichten möchte. Dem habe ich eine zweite Chance gegeben nach der ersten Partie. Und jetzt in der zweiten Partie ist es besser geworden. Ich weiß ungefähr jetzt, was die Bücher der Zeit als Spiel von mir will, was das Spiel eigentlich ausmacht und wo eigentlich der Gag ist. Und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn ich noch eine Partie spielen würde, dann würde es noch ein bisschen besser werden. Die Bücher der Zeit ist ein sehr innovatives Spiel, muss ich sagen, oder ein sehr außergewöhnliches Spiel, denn es bedient sich an einem sehr coolen Mechanismus. Denn wir haben hier so ein, ja, so Ordner, so Schnellhefter-Klicker, solche Metall-Klicker. Und in diese Metall-Klicker können wir Buchseiten, also Karten im Grunde genommen, reinheften. Und diese, dann hat man quasi wie so ein Buch vor sich. Es gibt dann drei unterschiedlich farbliche Bücher. Und dann kann man diese Seiten, die man dort eingeheftet hat, durch Aktionen aktivieren. Und dann blättert man so immer weiter und weiter in sein Buch. Man heftet immer wieder neue Seiten in seinem Buch ein und versucht dadurch dann möglichst viele Punkte zu erlangen. Es gibt dann noch so, solch jetzt eine Reihe, so eine Leisten, auf denen man hochlaufen kann. Das ist auch relativ wichtig. Und dann gibt es noch eine ganz coole Auslage von Seiten, die man vor sich liegen hat, die man befüllen kann und von der man sich dann ausbedienen kann, um seine Seiten dann in sein Buch einzuheften. Und am Anfang, also in der ersten Partie war das so, ich wusste überhaupt nicht, was ich tue. Irgendwelche, ich hefte irgendwelche Seiten ein und muss dann irgendwie noch so Achievements machen, so Milestones, um irgendwelche Symbole auf irgendwelchen Seiten zu haben. Und ich hatte überhaupt keine Kapazität, um zu gucken, okay, was habe ich eigentlich in meinen Büchern für Symbole? Muss ich mal hin und her blättern? Und welche Aktionen brauche ich eigentlich in welchen Büchern? Und ja, da muss ich sagen, jetzt bei der zweiten Partie, wo man dann auch ein bisschen regelfester war, wo wir nichts mehr nachgucken mussten, hat mir das doch viel besser gefallen. Ich hatte die Übersicht. Ich wusste ungefähr, wie ich meine Bücher wann umblättern sollte, welche Sofortboni auf welchen Seiten zu finden sind. Dann gibt es noch so eine Chronik, bei der man auch noch eine Aktion machen kann. Welche Aktion sollte ich da machen? Wie gehe ich auf welchen Leisten, wann vor und wann verzichte ich irgendwie auf den Bonus einer Leiste, um einen Milestone freizuschalten und so? Sehr viele coole, kleine Mechanismen, die dort auch wieder ineinander greifen, um Punkte zu erlangen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, einfach sehr, ja, während der Partie sehr viele Punkte zu machen, indem ich mir Seiten schnappe, bei denen ich immer Ressourcen ausgebe für Punkte. Oder ich mache halt erst am Ende der Partie richtig viele Punkte, indem ich auf diese Milestones gehe. Da gibt es wirklich ziemlich viele coole Sachen. Das Einzige, wo ich sagen muss, da fehlt mir so ein bisschen die Abwechslung, ist die, ja, Unterschiedlichkeit oder, ja, die Anzahl der Seiten, die verschieden sind. Also, ist dann doch sehr oft auch, gerade am Start hatten wir das irgendwie, dass zwei Leute die gleiche Seite bei sich reingeheftet haben und den gleichen Startbonus bekommen haben. Das fand ich irgendwie blöd. Das ist halt so ein riesiger Stapel an Seiten und dann sind sehr viele Seiten halt einfach die gleichen, sind sehr oft doppelt drin, muss ich sagen. Da so ein paar mehr Seiten, ein paar mehr Aktionsmöglichkeiten hätte ich noch cool gefunden. Ansonsten muss ich sagen, ja, tolles Ding, aber man kann das nicht spielen, wenn man irgendwie ein kleines schlafendes Kind irgendwo hat oder ein kleines Baby oder so, weil diese, oder überhaupt nicht so laut sein darf, weil diese Bücher auf- und zuzuklappen oder zu klicken, das ist dann doch relativ laut, muss man sagen. Und das macht man doch schon relativ häufig, denn ich muss halt immer das auch wieder zumachen, damit ich die Seiten umblättern kann. Also, ich kann es natürlich auch offen irgendwie umblättern, aber das ist dann derbe, nervig und frickelig. Ja, da muss ich sagen, das muss man halt wissen, wenn man das Spiel spielt. Das ist auch einer der Gründe, warum ich es wirklich nach der ersten Partie sehr lange nicht mehr gespielt habe, weil unsere Kleine dann einfach, ja, oftmals auch irgendwie bei uns im Wohnzimmer geschlafen hat und wir sie dann mit diesem Klicken nicht aufwecken wollten und so. Ja, aber jetzt ist es soweit, dass wir dann auch wieder ein bisschen lauter sein können. Ja, das zu die Bücher der Zeit. Das war es mit den fünf Spielen für heute. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, Abo nicht vergessen und falls ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt für ein weiteres Video, dann habe ich hier zwei Empfehlungen für euch. Zum einen das Video, das letzte gespielt Video, auch wieder mit fünf Spielen, die ich in den letzten Tagen und Wochen gespielt habe und dann noch ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Ist vielleicht was für euch dabei? Schaut einfach mal, ansonsten guckt einfach auch so ein bisschen auf meinem Kanal, könnt ein bisschen stöbern und da würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao.